Und von Jesus Christus wusste auch jeder Bescheid, was ihm angetan wird, aber keiner wusste, was er tun soll, um ihn zu retten. Man führte ihn vor, frisch gefoltert, im Rollstuhl, kreideweiß. Er war dem Tode nah und alle jubelten ihm zu, doch keiner wusste ihm zu helfen. Und es ging weiter bis zu seinem Tod. Wo kann dieses möglich sein? In einer Welt voller Gesetze, Regeln und Beschützer, die Polizei, die Kriminalpolizei, das Militär, die Elite, der Staat. Wo kann es sein, dass eine einzelne Person so vorgeführt wird und man sagt, schau, ein heiliges Wesen wird gequält bis zum Tod. So in der Öffentlichkeit, dass es jeder sehen kann. Wo kann das möglich sein? Es ist eine Welt voller Täuschungen und wacht bitte alle auf. Jeder kann sehen, dass ich und meine Kinder gequält werden. Und es soll gehen bis zum Tode und ich habe es öffentlich gemacht. Und es soll jeder etwas dagegen tun, was er kann, um uns zu retten. Amen.